Hallo ihr Lieben, hier ist das Ernährungsmaß in der Verwendung im Alltag. Ich zeige euch einfach mal die Bilder aus meinem Alltag. Ich bin die Rose Fröhlich, lasst ein Abo da, ihr wisst ja wie das geht. Hier seht ihr die verschiedenen Strukturen der Portionsmengen. Hier habe ich zum Beispiel Brot einfach mal mit Erdbeeren belegt und Quark obendrauf und dann gegessen. War super lecker, also einfach mal keine Marmelade, sondern frisches Obst auf Brot. Hier könnt ihr eine Nachspeise sehen, die richtige Menge Quark mit Obst. Hier haben wir zum Beispiel Salat genommen und hier ist eine Kürbissuppe. Das heißt, der Grundgedanke ist, mit dem Ernährungsmaß die richtigen Portionen zusammenzustellen, im Schwerpunkt Gemüse. Hier ist eine Nachspeise, zum Beispiel Quark mit Obst. Hier könnt ihr als Beispiel Reis und Gemüse sehen. Hier gibt es nochmal eine Kürbissuppe. Hier ist nochmal Salat und zum Beispiel einfach Nudeln in Salat eingerollt. Hier ist Fleisch mit Obst und Gemüse gemischt auf dem Teller. Hier, ja, einfach mal bei der Zubereitung buntes Gemüse. Immer gucken, dass mindestens zwei Hände voll Gemüse dabei sind. Hier war ich mit dem Ernährungsmaß einfach mal unterwegs. Ein paar Inspirationen für euch. Also, richtige Portionsmengen findet ihr im Ernährungsmaß. Schaut einfach mal bei uns auf den Seiten, dann findet ihr mehr. Liebe Grüße, eure Sandra.